Mein Auto da vorne, mein Volt-Hack. Bleibt er noch? Gut. Ich find's einfach geil, wie schnell hier der Fortschritt geht, ne? Kennst du Buy the Bound? Was kenn ich? Buy the Bound? Nee. Oder kein Riding? Mir egal. Wir machen den hier. Bereit? Bereit? Cool. You gonna get these folks there, Prada? It's sitting offshore around Catfish View. Get off the boat and to the drop and we done. You can see the fish. There is a bit of the water. Elf. Lol. Boah, das ist ja nicht orden. Das ist echt gekoppelt. Alter. Ich brenne! Sei jetzt ehrlich! Dann muss ich den anderen mitnehmen. Er hat nur das scheiß Schiff! Ah, ich hab nen Platten! Und jetzt bin ich... Wie hast du das geschafft? Das Motorrad war neu! Alter! Ich spalle einfach an einem anderen... Teil... der Erde. Musstest du gerade bezahlen? Nein! Weil ich hab vor... Haben wir Geld bekommen? Nein! Ach Eurofighter! Musst du mal meine Fahrzeuge in Brand setzen? So bist du halt echte Fahrzeuge! Haha! Let me know! Dann muss ich halt meine absolute Beliebstenwaffe holen! Oh ja Hefe! Did I mess you up? Did I? Nein! Ach ja... Muss halt das Tron-Motorrad dran! Boah, das war auch geil Tron, oder? Mit den Motorrädern, ne? Ja! Gibt's das noch? Ne, ich glaub nicht! Schade! Da fuckelt mich einfach der Eurofighter ab! Ich bin gleich da! Wie viele Tonometer noch? Fünf! Vier! Ich hab' ein ziemlich schnelles Motorrad! Ich hab' ein ziemlich schnelles Motorrad! Das ist sogar eins mit der schnellsten von bei GTA, ne? Was? Ja, was ich hab' ist eins der schnellsten Motorräder! Ja! Seid ihr schon da? Ja! LOL! Äh, nicht schnell gegeben! Nur zwei Waren zum Abliefern ist zu wenig, oder? Ja, das ist unten! Dann wär' ich gleich da! Geil, ich war die stärkste Steibe des Berges mit denen drauf! Vergleicht da! Achso, ihr habt schon die Ware. Achso, ihr habt schon die Ware. Ja, ich glaube, wenn du die ganzen Missionen ausländisch kennst, brauchst du nur zu sagen, weil ich das ist, dann wisst ihr schon bestimmt manche Spieler, wo es hingeht am Anfang. Ja. Wahrscheinlich bleibt der Boss immer, also eigentlich müsste der Boss quasi immer da bleiben, und die anderen positionieren sich immer an Zeitgleich. Ja, deswegen gibt es bestimmt jetzt auch die Abbringzeit, ne? Ja, wahrscheinlich. Ehrlich, genau, weil sonst könntest du das halt machen, weißt du, du hast ja trotzdem die Abbringzeit. Bist du hier überhaupt aus Freiräumen? Hm, pack mal fast jetzt aber ein. Bin schon da. Hey, ich bin in eine Burger King-Tüte reingefahren. Also grafisch hat das Spiel auch echt was drauf. Hey, geil, du kannst sogar den Zaun kaputt treten, ne? Und die treten genau dagegen, wo das Ding ist. Ja, ich hab mein Motorrad verpackt. Ja, ich hab das Motorrad verpackt. Hey. Ich hab das Motorrad verpackt, ne? Also bei den anderen mitfahren und das Motorrad geht dann liefern lassen. Willst du mitfahren, Euro? Ne, ich bin schon bei den anderen dran. Achso. Kannst den anderen mitnehmen. Ja, ich glaub, er hat sein Gefährt schon geholt, ja. Nee. . 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 Boah, einfach nur das geilste Motorrad hier. Das sieht aus wie mein Vater. Was ist denn was für dein Vater? Motorrad? Ja. Ja, der Motorrad. Ja, der fette Suzuki. Der 91er noch. Aber in Amerika gebaut wurde, also in Amerika verkauft worden. Heils im Meilen und in amerikanischen Einheiten. Aber das geilste, letztes Jahr hat das zu rumgemeckert, oder vorletztes, ne? Die Blinker sind nicht nach deutscherem Norm, sonst kam der ganze Land nicht durch. Wie unterscheiden sich denn die amerikanischen, die deutschen Blinker? Die amerikanischen Blinken schneller. In ganz andern Takt. Ist doch eigentlich scheißegal, wesentlich Blinkt das Ding, oder? Ja. LOL. Wir sind einfach gerade Autos despawn vor mir. Ach, gibt es jetzt ein neues Motorrad, was schneller ist? Wo bleibst du eigentlich, Ulrich, so weit hinten? Ist man gar nicht gewöhnt. Na, ich fahr ja bei jemand anderem mit. Alter, selbst das Motorrad nimmt ein Auto mit. , Wolfram. Alter. Alter. Alter, selber. Alter, selber. Ist doch insgesamt gar nicht genug. każdyий drüben ist und ich fahre. Wenn es sich irgendwo nicht zur Kehresti hat,送 wirся Porca. Erst wollte er noch nicht runter. forab Sellen keineDu bolag. Ich fahre auch noch ein Haus. Scheiße, ich hab die Abzweigung verpaart. Typisch Wauer, muss mich auch jedes Mal umbringen. Aber ich muss doch einen Thumbnail für GTA dann wohl erst stellen. Was musst du für GTA stellen? Thumbnail. Wenn ja, sollte es auch mal wieder gut aussehen, ne? Thumbnail? Ja. Ja. Ähm, nächste Mission. Ich hab ein Motorrad. Okay. Ach, Sessi, sollst niemand Motorrad fahren und Musik hören. Okay, we got Jamie Liddell. Yeah. Richtige Mucke dafür. Sender will die Chemie-Kleit-Läsern. Richtige Mucke für Motorrad fahren. Aber er geht richtig ab mit dem Motorrad-Club. Wir nehmen jeden auf, egal wie krank der ist. Was denn? Ich flieg vom Motorrad und die sitzt noch währenddessen, wo sie fliegt, ne? Über den Boden. Alter, diese Szene. Also hier fliegt in dieser Folge viel rum. Aber es auch in der nächsten Folge so sein wird. Das sehen wir, wenn wir da sind. Ich stand, bis zum neuen Gebrü怕. In der nächstenidee. Ich hab wieder. Und da führen.